Verkaufen ist die Nummer 1 Fähigkeit im Leben. Und wenn du gut verkaufen kannst, wenn du andere Menschen von dir und deinem Angebot gut überzeugen kannst, dann führst du meistens ein sehr viel erfolgreicheres Leben als die Menschen, die eben nicht verkaufen können. Und als die Idee zur 7-Tage-Top-Verkäufer-Challenge aufkam, da war mir klar, jetzt habe ich erst meine Challenge, denn ich muss mich entscheiden, was ist die Essenz aus über 35 Jahren im Verkauf, im Vertrieb, wo ich jetzt dabei bin, die ich dir gerne in diesen 7 Tagen mit auf den Weg geben möchte. Und ich kann dir versprechen, es sind 7 meiner wertvollsten Geheimnisse. Wir sehen uns, bis gleich, dein Uwe.